Heute ist der Tag. Lange haben wir nach einem Genre gesucht, das von nur noch auf diesem Kanal kommen kann. Gaming, Beauty und das Phong-Genre haben wir ausprobiert. Heute, heute ist Musik dran. Manchmal im Leben geht eine neue Tür. Au, au. Aufhör, dicker. Bro. Typ ist back. Ich hab gesagt, keine Musik ohne mich. Hä? Yo, what the fuck, hallo, bleib da. Dann machen wir Musik zusammen. Äh, ich würd gern, aber ich hab grad... Keine verfuckten Ausreden, Leute. Ihr bekommt auch einen Song. Keine Angst. Okay, du kommst jetzt zurück. Leute, mit dem Song wär ich mir nicht so ganz sicher. Leute, am Ende kommt euer verdammter Song, ob du's fählst oder nicht. Ich wär mir dann nicht so ganz sicher, aber das könnte immer noch nicht klappen. Du bist hier die ganze Zeit verschollen, ja? Kommst dann einfach so zurück, tust du, als ob gar nichts wäre. Alle fragen sich, wo du gewesen bist. Digga, du bist doch nach Köln gezogen. Weißt du, wie groß Köln ist? Weißt du, wie lange ich dich suchen musste, bis ich dich hier in der Wohnung gefunden hab? Das war vor vier Wochen. Au. Du fählst seit acht Monaten. Aber, ich mein, ja, ja, tu ich, aber du hast ja schon in dem Video davor erklärt, warum und so weiter. Hier, Flashback. Und dann hatten wir das Gefühl, wir brauchen so ein bisschen Distanz, dass sich jeder einfach so individuell für sich entwickeln kann. Trotzdem weiß keiner, was du das ganze Jahr gemacht hast, wo du geblieben bist, ja, ob du zurückkommen wirst. Das tappen alle im Dunkeln. Ich hab Osterhasen gejagt, mit einem Gewehr hab ich Flimten erschossen. Ich ausleben war ich beim Zahnarzt, das war nämlich wirklich mein... Ey, warte mal, beim Zahnarzt war ich gar nicht. Zum Zahnarzt muss ich jetzt. Ich, ich, äh, hehehehe. Hey, yo, 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 Bro. Ich hab jetzt ein Jahr Videos gemacht. Alleine. Acht Monate, ja, also werden wir das mal nicht übertreiben. Acht Monate lang alleine die Kamera aufgestellt. Alleine den Upload-Button gedrückt. Ich vermiss dich, Bro. Ja, du, ich hab gerade auch irgendwie einen ganz bitteren innerlichen Seelenschmerzen, der mir da ein bisschen drückt am Fußnagel, am großen. Ich weiß, was ist das so. Aber wie sind den Leuten ein Statement schuldig? Ja. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, Mann. Aber ich weiß, wie ich anfange, Mann. Okay. Simon, du fängst an. Okay, ja, das ist echt gut. Also, ähm, heute ist wirklich der Tag. Oh, okay, shit, tschüss. Jetzt nerv nicht, Mann. Wir müssen jetzt noch den Realtop und den Song aufnehmen. Warte, warte, das ist mit dem Song, das, wie gesagt... Ey, hast du einen Song? Okay, geil, ja, ich bin dabei. Aber das ist jetzt kurz auf. Nein, Mann. Wir müssen noch ganz kurz... Ja, 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 ja. Junge, Junge, immer dasselbe mit euch, Mann. Du bist ein perfickter Spießer und du bist ein Pussy. Also... Okay, let's go, ich zähle ein. Halt's Maul, ich zähle einen, Mann. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, das war ganz so scheiße. Kann man eigentlich direkt... Abonnieren! 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 Abonnieren!